Hallo zusammen und willkommen bei Screenshooters, willkommen bei einer neuen Flashback-Ausgabe, willkommen bei einem neuen Spiel auf dem Super Nintendo Entertainment System. Kemco präsentiert, was präsentiert es uns? Top Gear, hier wird es jetzt so langsam eingeblendet, oder auch Top Racer, wie es in Japan heißt. 1992 rausgekommen, verantwortlich dafür ist Gremlin Graphics und Gremlin Graphics kennen wir schon von einem anderen Spiel auf einer anderen Maschine. Sehr, sehr gut. Und da gibt es auch ganz klar eine gewisse Ähnlichkeit, nämlich Lotus 2 auf dem Amiga. Und ich lese euch am besten dazu mal vor, was in der Powerplay 692 zu dem Spiel stand und dann sind wir schon hier am besten im Bilde. Ein Spaß für zwei Top Racer, also Top Gear. Lotus 2 für Super Famicom. Kemcos Top Racer sieht nicht nur aus wie eine Konsolenvariante des beliebten Amiga-Rennspiels, es spielt sich auch so. Und, des Rätsels Lösung, es wurde tatsächlich für den japanischen Markt von den englischen Lotus-Erfindern Gremlin Graphics wieder aufbereitet. Am besten spielt man Top Racer zu zweit, wie beim ersten Teil darf man zwar auch alleine ran, der Split-Bildschirm bleibt jedoch im Solo-Modus bestätig. Das ist das einzige Manko am flotten Gerase durch insgesamt sieben Länder. Jede Lokalität besitzt verschiedene Strecken, die wiederum in verschiedene Graphics-Stilen gehalten sind. Dafür, dass das Modul nur eine Speicherkapazität von 4 Mbit besitzt, wurde eine Menge hinaufgepackt. Gut, hier sieht man es schon, wer jetzt Lotus 2 kennt, der sieht garantiert schon die Parallelen zu dem Spiel. Die Ähnlichkeit ist unverhohlen zu erkennen. Da haben sie wirklich 1 zu 1 das Ganze übernommen. Ich habe hier schon mal Knöpfchen gedrückt, damit wir weiterkommen. Ich lese jetzt aber nochmal die letzten zwei, drei Sätze dazu durch und dann springen wir direkt in das Spiel rein. Top Racer ist dank flotter Grafik und hoher Spielbarkeit die Gangschaltung auf den seitlichen Tasten des J-Pads zu legen. Das ist eine sehr gute Idee. Genau, man kann nämlich mit den Schultertasten rauf- und runterschalten. Eines der besten Konsolen-Rennspiele. Nur das Sound ist etwas müde, aber das kann echte Bleifüße nicht vom Gas geben abhalten. So. Uns zählt das auch nicht ab. Wir springen jetzt sofort mal in das Spiel rein. Ein Spieler, klar. Achso, die Bewertung. Grafik 70, Sound 52. Schwierigkeit ist einstellbar. Genau, das sehen wir auch jetzt gleich. Durch die Gesamtbewertung 72%. Ja, das war die Powerplay 692. Wir springen jetzt hier mal rein. Hier, Skill Level. Das ist nämlich der Schwierigkeitsgrad. Logisch. Amateur Professional Championship. Wir bleiben bei Amateur. Hier kann man sich das Land aussuchen, in dem man fahren möchte. USA, Südamerika, Japan, Deutschland, Skandinavien, Frankreich, Italien und die UK. Hey. Die Anzeige der Geschwindigkeit in Kilometer, beziehungsweise Meilen per Stunde. Und hier unten, das Spiel starten. Wir springen mal kurz hier ran. One Player. Hier können wir damit dann auch ganz kurz unseren Namen eingeben. Das machen wir auch ganz artig. Wir sind ja nicht nur ein namenloser Spieler. MW, das bin ich. Start. Auswählen darf man Handschaltung oder Automatik. Ich nehme Automatik. Und hier, und das finde ich persönlich ganz wichtig, wie man das Joypad hält. Und einmal so, einmal so, einmal gedreht und dann wieder die entsprechenden Knöpfe belegt sind. Hier hat man noch eine Variante. Ich entscheide mich für die Variante, wo die Beschleunigung unten auf B ist. Und die Bremse auf Y, auf dem grünen Knopf. Das ist für mich persönlich die bessere Steuerung. Hier haben wir dann noch vier verschiedene Fahrzeuge. Die sich in ihrer Top-Geschwindigkeit unterscheiden, wie sie auf Top-Speed kommen. Also 0 auf 100, beziehungsweise 0 auf 60, da wir gerade auf Meilen per Stunde sind. Wie gut die Reifen greifen. Low hier, hier high, hier mit low. Und wie stark sie den Sprit schlucken. Gucken wir mal, 137 Mal. Aber auf 4,30, 0 auf 100. Ich würde mal den Weißen hier nehmen. Er ist zwar nicht der Schnellste. Er hat aber sehr guten Grip. Bam, nehmen wir. Wir stellen die Schwierigkeit um auf Kilometer per Stunde. Und dann springen wir mal selber jetzt hier in das Spiel rein. Das ist die Strecke, die wir fahren dürfen. Da habe ich schon Knöpfchen gedrückt. Da sind wir schon dringend im Spiegel. Jetzt das Splitscreen. Oben sind wir, unten der Computer. Links oben wird der Kurs dargestellt. Dann haben wir da drunter N mal 3 ist Nitro. Drei Nitros haben wir. Da drunter die Gänge. Auf der rechten oberen Hälfte. Hälfte, ja. Hälfte, Hälfte von einem Splitscreen. Bam, bam, bam. Das ist unsere Drehzahl. Und wie schnell wir fahren. 199 kmh. Da fliegen wir also gerade schon über die Straße. Die Rundenzeit. Unser Platz wird immer wieder eingeblendet. Fünfte Platz. Zwei Runden noch Öle übrig. Und dann sieht man auch unklar, und schwer zu erkennen, nicht unklar, wie unser Tank gerade aussieht. Das nimmt natürlich beständig ab. Aber da machen wir uns jetzt gerade noch keine Sorgen drum. Das ist alles noch im grünen Bereich. Und dann wird da auch noch mal unser aktueller Platz angezeigt. Second, zweite Platz. Das könnte sich ändern. Wir sind jetzt an der ersten Stelle. Ich gebe mal Nitro. Let's go, yes. Jo, bei Let's go. Da zimmern wir natürlich sofort einmal hier in das Heck rein. Ja, diese Fahrzeuge, die sind einfach mal ein bisschen füllwertig. Die steuern nur. Die steuern einfach nur. Und sollen verhindern, dass wir sauber durchkommen. Aber lassen wir uns für nicht von abhalten. MW, erster Platz. World Ranking. Momentan 20 Punkte. Erster Platz. So, hier ist die nächste Strecke. Los Angeles, USA. Da sieht man die kleine Strecke. Jetzt ein bisschen kurvenreicher. 2,4 Kilometer. Eine Minute 51. 50 Sekunden ist der Rundenrekord. Gucken wir mal, ob wir da selber irgendwas dran machen können. Ich gebe Gas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Mein Lamborghini-Fans 210. Nee, mein Maserati was. Ist egal. Das ist schon lange her, dass das Lied aktuell war. Ich muss mich nicht mehr zwingend dran erinnern. Auch wenn das mein Namensvetter war. So. Ein bisschen auf das Renngeschehen konzentrieren. 17. Platz. 15. 14. 13. Ja, wie bei Lotus startet man auch immer fein von den hinteren Rängen. Man darf sich dann sanft nach vorne ziehen. Hier sieht man auch schon, dass die Strecke ein bisschen anders ist. 10. Platz. Mal gucken. Oh, ich dachte, ich komme irgendwie zwischendurch. Arg. Ja, genau. Arg. Weil die Kommentare zwischendurch, die sind echt witzig, ne? Also manche. Haben sie irgendwie nett gemacht. Geh weg, lass mich durch. Schaden am Fahrzeug gibt es nicht. Also ich kann hier jetzt hier munter wegrammen, was wegzurammen ist. Ein bisschen Stoff hier. Kann nicht sein, dass wir hier weiter hinten sind. Zweite Platz. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Oben auf der Karte ist ein Punkt. Das ist der Computergegenheim. Beziehungsweise da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ran. Vielleicht schauen wir es auch auf den ersten Platz hier. Ich weiß es nicht. Wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es schon? Uh, Final Lab. Letzte Runde. Second. 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 Waren wir Erste? Habe ich was verpasst? Habe ich gar nicht drauf geachtet? Noch ein bisschen Gas. Tatsächlich, wie waren wir schon an erster Stelle? Habe ich jetzt hier wieder geändert. So, jetzt haben wir den Computer wieder am Rücken. Und rasen zielstrebig. Auf das Ziel zu. Nicht mal weit. Dann sind wir durch. Danke, Wasser. Schau. Mäh. Wow. Wow. Aber gekonnt. Den einen am Heck vorbeigezogen. 20 Punkte. Wieder erste Platz. World Ranking. 40. Der Computer ist auf 30. 30 Punkte weiter. Aber schauen wir mal. New York. New York fahren wir im Dunkeln. Da ist die Skyline. Aber es hält uns davon nicht ab. Ganz souverän werden wir hier durchjagen. Und hoffentlich hier auch ein paar Plätze gut machen. Und hier das Rennen bestens abschließen. Bäm. Uh. Ja, habe ich nicht aufgepasst. Egal. Da sind wir noch sehr gut dran vorbeigekommen hier. Ja, ein bisschen kurvenreicher ist das schon. Aber das kriegen wir noch hin. Wenn der Computer sich hier nicht so breit machen würde, wäre das sogar sehr, sehr einfach. Aber tut er. Die Pläser. Er scheinbar verreicht nicht sehr weit. Aber die Straße ist zum Glück ja so ein bisschen zu erkennen. Ganz so dunkel ist es hier nicht. Und auf den Geraden können wir so ein bisschen die Skyline hier auch in vollen Zügen genießen. Let's go. Da ist der Nitro wieder eingeschaltet. Und hier. Erster Platz hier. So soll es sein. So muss es sein. Wow. Fast. Fast in die Botanik reingefahren. Aber auch nur fast. Gekonnt habe ich das Ganze angefangen. Ja, wenn wir jetzt mit einem anderen Fahrzeug fahren, dann wäre der Spritverbrauch schon wesentlich höher. Final Orb. Da hat uns der Computer hier wieder eingeholt. Let's go. Bäm. Oh. Da kommen wir auch mal jetzt mal Nitro noch hinterher. Ui, scheiße. Ey, das macht er doch extra, oder? Der hat sich extra dann vor uns gesetzt, dass wir da einmal gegenzimmern. Er weiß, dass jetzt bei dieser Kiste die Beschleunigung nicht so astrein ist. Das wird jetzt in der Innere. Das wird jetzt in der Innere hier. Könnte... Könnte... Nein! Könnte nicht mehr klappen. Egal. Egal. World Ranking. Wir sind immer noch vorne. Aber er hat aufgeschossen. San Francisco. Und ab geht's. Und ab geht's. Das ist wirklich schade, dass hier der Splitscreen ständig da ist. Aber man kann das bei einigen Flanspielen früher auch. Da war es genauso gehalten. Leider halt nicht wie bei Outrun, dass man da den ganzen Bildschirm vor der Nase hat. Aber Outrun war ja auch nicht ein Spiel, was man zu zweit spielen konnte. Hier können wir locker zu zweit spielen und haben halt im unteren Bereich... Boah, die ist hoch und runter. Das macht einen wahnsinnig. Im unteren Bereich kann dann halt der Kumpel, die Freundin, wer auch immer seinen Racer steuern. Ui, 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 ui. Ja, das ist wie bei Lotus. Dann kommen so nach und nach halt ein paar andere oder mehr Hindernisse ins Spiel. Damit die Nummer nicht mehr ganz so leicht ist. Ich finde die Berge jetzt schon ziemlich heftig. Das rauf und runter, das kann einen schon ein bisschen irre machen. Junge, 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 Junge. Aber egal. Wir ziehen hier unsere Runde... Unsere Runde 2, 3. Ja, klar. Geil. Also mit der Musik, da stimmt schon. Die Musik ist jetzt nicht ganz so motivierend hier. Sie dudelt da so ein bisschen... Oh, Junge. Sie dudelt da hier so ein bisschen rum. Da haben wir definitiv schon Besseres gehört. Aber es tut jetzt dem eigentlichen Spiel gar kein Abbruch. Es macht schon Spaß. Bam, bam. Ja. Bitte. Noch mehr Crashs. Gebt mir noch mehr Fahrzeuge, in die ich reinfahren kann. Der Motoren-Sound ist jetzt sowieso überragend. Aber auch da haben wir tatsächlich auf den alten Geräten schon Schlimmeres gehört. Dann fahren wir die Nummer jetzt hier nochmal zu Ende. Und dann gucken wir noch in eine andere Bewertung rein. Und damit werden wir dann das Video hier abschließen. Ja, er ist unten in den Pitstop reingefahren. Das kann man auch machen. Ihr seht ja kurz, der wird dann aufgetankt. Da muss man rechts ranfahren. Also links je nachdem halt, wo es gerade ist. Anhalten. Und dann wird das Fahrzeug aufgetankt. Das ist jetzt mit diesem Wagen noch nicht erforderlich. Hier kommen wir ganz bequem durch die Strecke durch. Vielleicht gibt es auch eine Fehlanschätzung meinerseits. Vielleicht bleiben wir gleich mit Leer und Tank stehen. Ist aber auch dann jetzt zu spät. Da muss man halt für sich selber dann so ein bisschen abschätzen, ob man dann durchkommt oder ob man da vielleicht doch mal im kurz, ja, auf Yule Low, einen Stopp einschiebt. Und so vielleicht dann auch erstmal seine gewonnenen Plätze verliert. Ich persönlich denke, wir kommen hier nur durchs Ziel. Und das ganz souverän. So. Da würde ich sagen. Ja, wir lassen das jetzt mal hier so blinken. Und gucken wir mal ganz kurz in das Fazit von der... ähm... Video Game 692. Spielbarkeit und Geschwindigkeitsfeeling... Guck, was? Oh, springt hier mitten rein rein, ne? So, Gesamtbewertung, gut. Und wieder stürmt das Super Famicom in eine Domäne des Mega Drive. Nicht nur das Grafik, Spielbarkeit und Geschwindigkeitsfeeling die Konkurrenz weit hinter sich lassen. Top Racer bzw. Top Gear erfreut allein durch den tollen Zweispielermodus, der eine Menge Pep und Rasanz in den Rellalltag bringt. You're qualified for the next country. Genau, so können wir jetzt nämlich ins nächste Land reinspringen. Und das Passwort Moonbass. Da kann man nämlich dann reingehen, wenn man das Ding mal ausgeschaltet hat. Wer gesaved wird hier nicht. So wollen wir den tollen Zweispielermodus, der in der Menge Pep und Rasanz in den Rennalltag bringt. Die Grafik ist schnell und bringt den Spieler bei Berg- und Talstrecken das Gefühl, selbst im Flitzer zu sitzen. Auch die Steuerung ist gut gelöst. Mit den beiden seitlichen Tasten schaltet man locker und problemlos, wie bei keinem anderen Rennspiel. Die Präsentation ist so durchweg gelungen und nur die Grafik hätte etwas vielfältiger und edler aussehen können. Finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht hier, aber gut. Hierbei sollte man aber nicht die vielen Zoomstufen der Randobjekte übersehen. Eindeutiger Minuspunkt des Moduls ist der Sound. Genau, das wurde nämlich vorhin auch schon beschrieben. Der von recht nett bis abgrundtief lau sich das ganze Spektrum langweiliger Akustikuntermalung abdeckt. Die Effekte sauber und zweckmäßig. Ich versuche mal so ein bisschen gezweigleisig zu lesen und zu schreiben. Sind dabei... Wow, das klappt schon mal gar nicht gut. Sind dabei noch das Beste. Ein Manko. Oh, ich parke hier am Seitenrand. Ein Manko der Outrun-Kollegen kann man aber auch Top Racer nicht ganz ausgleichen. Das Gerase wird auf Dauer etwas langweilig, denn im Endeffekt fährt man mit gleicher Taktik nur, um die nächste Hintergrundgrafik zu sehen. Einige Ideen mehr und Top Racer wäre wirklich absolut top, aber auch so langs für einen empfehlenswert. Gesamtbewertung 75%, Grafik 70%, Musik 58%, Soundeffekte 36%. So, ich springe jetzt mal wieder ins Rennen und ich blende... Unten seht ihr schon, dass die Strecke sich ein bisschen anders dann nochmal darstellt. Blende mich aber so langsam hier aus, denn das Video hier kommt damit zu einem Ende. Und ich hoffe, euch hat der Einblick in Top Racer ein bisschen gefallen. Ich habe auch noch Top Racer 2, das werden wir in einem späteren Video mal gemeinsam... Jetzt kann ich ja tatsächlich einen zweiten Teil von Bum, 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 H sich überlegen. Hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Wünsche, was ich als nächstes spielen soll. Überhaupt soll ich weiter auch mit dem Super Famicom bzw. Super Nintendo euch Spiele zeigen. Wäre schön zumindest von euch zu wissen, ob es euch hier auf diesem Kanal auch interessiert. Eigentlich mache ich diese Games auf dem Super Nintendo sehr gerne. Ich denke, sie fügen sich sehr, sehr, sehr gut zu den Games vom Amiga C64 und Mega Drive und 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 ein. Dass sie ja alle irgendwo so im gleichen Stil und aus der gleichen Ära stammen. Wie auch immer. Es freut mich, wenn ihr mir irgendeinen Kommentar sagt, ja schon Like oder sonst was hinterlasst. Einfach mal eine Reaktion. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Video. Ciao.